Utenieren jetzt! Ja, ich glaube wir müssen jetzt rein, wir raus dürfen nicht. Wir haben die Plätze gesperrt. Was ist los? Ja, wir müssen nicht kontrollieren, wir sind so fehl. Wir dürfen doch raus mit dem schönen Watten und wieder in die Halle. Ja, ich weiss es. Ich dachte, wir können ja halt nicht ihr. Ja, wo sehen wir mehr an? Ihr, also die sind in der Halle mehr A und B und dann gehen wir ab bis Z. Ist das gut für euch? Ja, gut ist anders. Gut, also. So vor 30 Jahren, ich habe mir zwei Plätze gehabt. Wir hatten neun Mannschaften gehabt. Heute haben wir 26 Mannschaften und immer noch die gleichen Infrastrukturen. Und darum sind wir froh, dass wir aktiv heute unterstützt werden von der Gemeinde und von diesem Verein für ein lebenswertes Bürolos, dass jetzt der Sportplatz in Tegi der dritte umgesetzt wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.